Norddeutscher Rundfunk 2021 Das klappt nicht. Klappt nicht. Das reicht nicht. Dominik. Der Penner. Der Penner. Mal sehen, ob der Speed dann noch reicht. Wieso denn? Mach doch einfach. Das liegt nicht am Trailer. Das liegt am Fahrer. Dominik, sag doch mal. Sag mal, woher liegt das? Du hast ihn doch gerade gemacht. Mit seinem scheiß Gasgriff, den er hat. Mit 1500 Watt. Thomas ist ja ein guter Fahrer. Eigentlich fährt er eine Supermoto und kämpft mit dieser Reichweite. Ich finde, er hat ja voll geil reingepusht gerade. Das war richtig gut, ey. Das ist alles nur Profitechnik. Den hat der geprüft. Ja. Guck mal, ich hab einfach so. Jawoll, Junge. Ja. 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 Ja.